Klingentrails Alles gut Heute gehts zu den Klingentrails Bei Wuppertal Irgendwie da Polizei Okay Ja auf jeden Fall gehts halt da hin Müssen wir irgendwie 2 Stunden mit der Bahn fahren Können wir mal schön unser Kleingeld loswerden Aber dafür praktisch Ähm Ja Unsere Bahn 30 Minuten später Weil es war wegen der Polizei Weil irgendjemand hat die Notbremse gezogen Bruder Mach doch auf Wir haben natürlich Proviant eingepackt Jetzt gibt es erstmal Kammerbär mit Veganen Nuggets und Reis Ich bin aber kein Veganer Oder Vegetarier Jetzt sind wir in Köln Jetzt müssen wir umsteigen Jetzt müssen wir umsteigen So wir haben jetzt ein bisschen Aufenthalt in Köln Und hier ist irgendwas los Lass mal dahin gehen Es stinkt überall nach Rauch und Qualm Und allem möglichen Also hier ist irgendetwas los Was genau wissen wir noch nicht Das finden wir jetzt heraus Entschuldigen Sie Können Sie mir sagen was hier ist Ähm This is Hanbol Team from Poland Poland Oh Okay Bruder was Eigentlich wollte ich gar nicht nach Köln Street fahren Aber wir haben jetzt eine halbe Stunde Aufenthalt Also Wir haben nichts anderes zu tun Von dem Ding her Müssen wir jetzt Hm Hier lang? Perfekt Boah ey wenn ich jetzt gleich einen Platten habe Deswegen Sorry Wo ist denn Konst hin? Jo Wir haben uns natürlich Ein bisschen Red Bull Auf Hubert Von zu Hause mitgenommen Dass wir Verpflegt sind Jo An Red Bull Sponsort uns mal gerne Dann Dann Müssen wir nicht immer 20 Euro für Red Bull ausgeben Wir sind jetzt In Solingen Ja Muss einen Übergang machen Sauber Cock Schock Zehner 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 wenn sie da Hier springen Aber ich hab zwar noch Fett bei Ich unterstütze sie am 9. Juli Ja Ebenfalls Achso 9. Juli ist so ein Gay-Dings CSD In Köln Da fahre ich hin Und verkleide mich als Rennradfahrer Also das Video wird kommen Jetzt zieht's euch rein Ähm so Konsti geht noch kurz ein Meges Weil hier Endstation ist In der Zukunft Bleibt hier eh noch was Und ich passe in der Zeit Jetzt auf die Bikes auf Und ich hoffe Konsti bringt mir was mit Ja Weil Es sieht knapp aus Ach Scheiße Die Kollegin macht das jetzt gleich komplett zu Achso Ja Vielleicht macht sie jetzt noch auf aber Ja 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 der geht nicht ran ne Ja Also du musst dich jetzt entscheiden Ja Ja Du kannst jeden Fall zer essen Gott sei Dank Oh Wie lange hast du noch gebraucht? Du hast wirklich Schwein gehabt ne Weil Die Führer schon zu gehen Jetzt kommt jetzt Also du hast wirklich Glück gehabt Ich bin schon Ja Boah Nein Echt jetzt ja Ja Komm Seid die Besten ja Alles gut Gönn dir Passt auf euch auf ne Machen wir So Er hat mir halt wirklich alles falsch gegeben ne Wirklich alles ne Ich wollte Nettkaterpoll Ich hab normale Pommes bekommen Ich wollte Nettkaterpoll Ich hab Cola bekommen Ich wollte Sauersoße Ich hab Kälbchen bekommen Bruder So Oh 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 Ausstieg in Kastrichtung links Ja schnell 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 Ciao Oh 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 So Sehr gut Perfekt Dann Schönen Arbeitstag Ja ich hab jetzt 2 Abend gleich Komm schnell schnell Ja dann Viel Spaß Danke nochmal ne Bitte Aufzug Tschüss Ähm Ja Digga Es gibt Aufzug Ich mach mir mein Leben nicht unnötig schwer Busse Die haben einfach so ne Stromleitung Jo Wir sind jetzt da Oh Damn Boy Das sieht dick aus Stört ja Krass Hallo Jo Damn Das ist doch falsch Da kann man zwar auch fahren Aber es ist Privatgelände Also aber wir durften da fahren Und hier sollte es irgendwie runter zu Klingt Und weit gehen Ich weiß jetzt nicht wie lange wir fahren müssen Aber Ähm Ich hoffe mal wir sind bald da Okay Let's go Jetzt geht es erstmal nach unten Keine Ahnung wie es da aussieht Boah Die flettet man schnell Was ist das? Ja 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 Boah Okay Man darf nicht schnell sein Deswegen bremsen wir es einfach ein bisschen runter Hä Ich frage mich ob der ganz runter gefahren ist Ich glaube nicht Ich glaube wir fahren einfach mal wieder hoch So jetzt nochmal rote Line Wir sind die falsche Line gefahren Ho Tegger Scheiße Black Line Weiß ich jetzt nicht ob das so eine gute Idee ist Ja Ja Easy Komm komm Fuck you Skaletta Ja Pffs 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 Ah Pffs 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 Uff Wasser alter Pffs Pfff Pfff Pffs Pfff Pff Pfff So, das muss genug sein. Ganz entspannt. Gar nicht entspannt. Was ist passiert? Zeig mal. Ja, ok. Sieht nicht so schmackhaft aus. Ich hab dich leider von Blut gemacht. Es tut mir leid. Wo? Es sind die Blutsbrüder. Digger, das ist dein scheiß Blut. Kein Bock, deine Krankheiten zu haben. Let's go. Gute Abfahrt. Oh, jetzt. Fuck you, Skimera. Ja. 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 Ich bin jetzt Jonas und Louis. Ja. 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 Ganz entspannend. Let's go. dann kommt hier so ein drop oh damn, das gucken wir uns mal an let's go, wird bisschen sketchy jetzt bruder digger, der hat mich komplett rausgekickt ich bin irgendwie komisch gelandet ich hoffe diesmal klappt und ich mache mir keine acht rein sehr entspannend auf diesem boden hier ich würde dem ganzen nimm mal filmst du? ja ich würde dem ganzen schlafen oh fuck digger mein bremshebel ist ab oh fuck digger digger nein egal, die meisten waren auch mit ey weißt du was du für nen trend machen kannst diesen bruder den trick kannst du machen digger ich wusste es ist keine gute idee digger digger, guck dir mein bremshebel an digger ich kann kein stoppys mehr machen das macht ein brapp breakt ist vorne weiter nochmal blackline missing a case so wir gehen jetzt nach oben wir fahren jetzt zurück mit der bahn kommt in 20 minuten oder so ich glaub das sollten wir schaffen wir müssen auf jeden fall jetzt alles bergauf fahren was wir für den bergab gefahren sind wird nicht so entspannend boah ja fahrrad wurde ein bisschen kastriert aber ja mal sehen ne so jetzt gehts endlich ein bisschen berg runter mein bremshebel ist komplett los auch auch nicht so geil ich muss das rad auf jeden fall fixen aber dann mal sehen ne bis äh später ja einfach schach fällt da ach so da lang öh ja grün wir können Windschatten fahren ah fuck ich hab nur eine bremshebel ok komm ah wo ist denn der bremshebel hin der ist weg ok let's go meine bahn kommt gleich perfekt clean einen schönen pick-up bar ich heiße auf youtube michi mtb 1.1 ja sollte eigentlich vorgeschlagen werden deine freundin deine freundin viel spaß euch noch ne ciao so äh let's go ich hab noch ein clip lasst ein like da abonniert ihn auf youtube und schaut bei mir auf insta vorbei mtb ah da war ja was da war ja 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 okay dann haut rein bis irgendwann Kann auch nächste Woche vielleicht wieder. Scheiße.